hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal es ist wieder relaxationszeit und heute habe ich mir gedacht mache ich mal wieder ein aktuelles video und zwar geht es erst einmal um den hotchkiss ebr und ich habe mir gedacht ich will eigentlich mal wissen was kommt nach dem ersten radpanzer den ich erspielt habe über den ich ja auch vor kurzem gerade ein video gemacht habe nämlich über diesen amd 78b und lohnt sich das in die reihe weiter zu spielen wird das interessanter was verändert sich das lustiger und schlechter und freundlicherweise hat mir der kahn bekannt unter anderem aus der community von emsen und auch vom leddy hier ein video zukommen lassen wo man glaube ich ganz gut sieht dass er nicht fahren kann nein scherz beiseite das video hier ist wirklich unterhaltsam und wirklich ein sehr sehr schönes spiel und das wird wahrscheinlich verdeutlichen was mit diesem panzer geht und was nicht geht und ich werde mal versuchen diesen hotchkiss ebr den tier 7 leichten radpanzer scout der franzosen ein bisschen darzustellen und auch ein bisschen vergleichen und zwar mit der aller direktesten konkurrenz die es gibt und zwar mit dem amx 13 75 und ihr habt eventuell schon gesehen das video ist ein bisschen länger hinterher gibt es noch ein bisschen den amx 13 75 klassischer panzer schon seit ewigkeit in world of tanks vorhanden auch schon immer auf tier 7 als leichter panzer früher natürlich vor langer zeit mal mit einem matchmaking von plus 3 heute plus 2 und ich werde die versuchen mal so ein bisschen ja ein bisschen vergleichen und daneben die stärken des fortschkiss ebr hervorheben also los geht's ihr seht schon stärke des fortschkiss ebr passiv spotting vielleicht nicht unbedingt die quizfrage ist natürlich hier in dem fall ist da überhaupt einer rübergefahren auf die ostseite dieser karte oder war tatsächlich die tarnung zu schwar zu stark für die relativ schwache sichtweite dieses radpanzers das zieht sich ja durch alle radpanzer durch beim vorgänger war es schon so auch bei diesem panzer ist es nicht viel besser 310 meter basis sichtweite ist natürlich von wargaming so gewollt habe ich schon diskutiert brauchen wir nicht näher darauf eingehen die basis sichtweite ist 310 meter und man kann nicht etwas einbauen wie die scherenfernrohre sondern nur blöde optiken etc und muss eben gucken dass man damit schon die sichtweite ein bisschen nach oben kriegt weil mit 310 metern sichtweite ist man doch ein bisschen sehr im nachteil finde ich ich habe auch einmal geschaut wie hoch man diese sichtweite denn maximal kriegen kann mit wirklich allen den besten equipment was man sich in world of tanks irgendwie für bestimmte ressourcen kaufen kann nämlich das sogenannte bond equipment oder anleihen equipment also mit einer lüftung die man für 5000 anleihen kaufen kann für optiken mit rationen die man für ja früher mal gold heute für viele credits kauft mit den richtigen crew skills auf dem kommandanten und da kommt man dann maximal auf 401,5 meter sichtweite und wenn ihr mal so ein bisschen auf die minimap guckt die sichtweiten kreise ich würde mal drauf tippen der karten ist da nicht weit entfernt von allerdings ja hat am anfang nicht viel geholfen die panzer die darüber gefahren sind auf die ostseite der karte also auch die lammzunge hat er nicht aufgekriegt also der panther war zu stark von der tarnung her und auch der amix 1257f also der auf jeden fall im vergleich zum amix 1375 muss man natürlich sagen der am weitem besser aufgestellt mit 370 metern im vergleich zu anderen t7 nicht unbedingt der beste da gibt es schon bessere panzer deutsche und amerikaner allen voraus allerdings kriegt man den amix 1375 locker flockig ohne das ausgefallene equipment das man sich durch die anleihen kaufen kann auf 464 meter sichtweite was für ein t7 scout schon doch eine recht gute sache ist eben mit den richtigen einbauten und den richtigen crew skills ihr habt schon gesehen vier minuten sind rum viel ist noch nicht passiert karmteam ist nicht gut ob seine entscheidungen bisher ideal waren weiß ich nicht allerdings muss man auch sagen dieser panzer kann durchaus kämpfen allerdings braucht es sich definitiv seine zeit wo er folgericht hat wie auch sein französischer kollege der amix 1375 hat auch dieser panzer mit der standarmunition der kam bisher hauptsächlich verfeuert hat eine relativ schlechte dpm von 1600 und die besonderheit die ich ja auch schon im vorigen video über den amix 178 b vorgestellt habe ist die hohe explosiven munition die der kran gerade erfeuert die hat eine sehr hohe penetration mit 75 mm mit anderen geschützten dieses kalibers nämlich 75 sucht man dazu eine hd penetration definitiv vergebens und wenn man das effektiv anbringt wie der kran uns gerade gezeigt hat dass das möglich ist dann sieht man dass man auf 2400 dpm kommt und im duel gegen andere leichte panzer gegen panzerjäger mit schwacher panzer und gegen den ein oder anderen medium 75 mm penetration reicht da durchaus oder auch gegen artillerien wie wir hier gerade sehen sind 2400 dpm doch definitiv eine ansage die penetration auf der ap wenn wir gleich mal bei der kanone bleiben hat 160 mm an penetration im gegensatz zum amx 1375 der da 144 mm hat ist man da also durchaus vorteil wenn man dann premium lädt um für fehlenden skill oder aber dicke panzer zu kompensieren ist man bei 190 mm auf der apcr der munition hier auf diesem panzer da hat der amx 1375 ein bisschen mehr zu bieten 202 mm nicht großer unterschied aber kann eben doch mal ja wichtig sein die einzelzeit der kanone hier auf diesem panzer wirklich richtig richtig gut 1,6 sekunden ist da die basis ist definitiv der beste unter allen scouts und wie ihr seht durch das erleichterte auto aiming was auf diesen radpanzern eine besondere eigenschaft darstellt und relativ gute abweichungswerte während der fahrt kann man hier den ein oder anderen panzer doch relativ leicht in der fahrt rausknipsen tja die stärke des amx 1375 hingegen definitiv das magazin im gegensatz zu diesem rotschkiss idea und das magazin potenzial beim amx 1375 das sehen wir ja gleich im nächsten video mit 700 schaden im magazin etwas was ihn eben zum mini attentäter macht würde ich mal sagen die großen attentäter sind ja definitiv sowas wie die wendshed auf tier 10 aber mit 700 schaden so einer art mini attentäter der angeschossene ziele eben ganz fokussiert rausnimmt indem er die seite und das hinterteil anvisiert und dann die 4 schussversuch sauber anzubringen der große vorteil des fortschließend ist natürlich die geschwindigkeit wir haben schon gesehen beschleunigung mit 36,33 ps pro tonne absoluter topwert auf tier 7 und der amx 1375 hing dahinter her auch wenn er auch zu dem besseren von der beschleunigung gehört 70 km h ist natürlich auch topwert auf tier 7 da ist man richtig gut unterwegs das besondere an diesem radpanzer ist natürlich dass er auch rückwärts sehr schnell unterwegs ist die meisten panzer das kennt ihr schon auch wenn die vorwärts richtig schnell sind sind da limitiert auf 22,23 km h wenn man mal die schwedischen top tier tds heraus lässt die haben da ja auch schon besondere eigenschaften bekommen und mit 45 km h ist hier rückwärts doch einiges möglich sag ich mal und man kommt eben sehr sehr schnell über die karte und kann eben durch diesen unglaublich schnellen rückwärtsgang einiges möglich machen auf jeden Fall also Gegnerverwirrung und an manövern ja der Kahn wie habt ihr gesehen hat seine Mobilität genutzt um an diversen Stellen hier auf der Karte aufzuräumen hat gegnerische Lights bekämpft hat die Artillerie bekämpft hat vereinzelte Heavies bekämpft ist ganz schnell mal wieder zurück in seiner Basis um hier wie ihr gerade schön seht mit dem erleichterten Auto-Aim den KV-2 der gerade die Artillerie wecke nach Stadt zu bekämpfen und kann sich jetzt ganz flockerflockig wieder aus dem Staub machen wie schon gesagt 36,3 PS pro Tonne bringen den Panzer hier ganz ganz fix auf diese 70 km h und man muss natürlich teilweise ein bisschen bei der Steuerung aufpassen weil ihr seht das ein oder andere mal hebt man dadurch gerne mal ab und kann vielleicht auch dazu schön dass man sich ganz unschön irgendwie in die Ecke legt und dann nicht mehr viel los ist ja über die Kanone haben wir schon mal geredet über die Besonderheit mit der HE-Munition die man auf jeden Fall immer auf dem Schirm haben sollte haben wir auch geredet was mir aufgefallen ist als ich die Tier 7 Scouts mir angeschaut habe unter anderem eben hauptsächlich den Fokus auf den Hotchkiss IBR und den Amex 1375 als Vergleich ist dieser Hotchkiss IBR und das habt ihr vielleicht am Anfang des Gefechts auch gesehen hat wirklich eine sehr sehr große Munitionskapazität dabei nämlich 60 Schuss das reicht für über 10.000 Schaden wenn man den Amex 1375 dagegen betrachtet der hat es doch sehr sehr schwer bei der Munitionsauswahl der hat nämlich genau 36 Granaten dabei das in einem 4 Schuss Magazin das heißt man hat insgesamt 9 Magazine und da muss man schon genau gucken wieviel AP nimmt man mit wieviel APCR nimmt man mit nimmt man überhaupt hochexplosive Munition mit die ist beim Amex 1375 nicht besonders gut und da muss man schon ganz genau schauen was man da treibt die Wanddrehung zu vergleichen bei diesem Panzer ist natürlich ein bisschen schwierig der Amex 1375 ist mit 42 Grad da nicht schlecht bei einem Radpanzer muss man natürlich schauen der kann die Wand nicht auf der Stelle drehen in Grad pro Sekunde der hat einen Wendekreis trotzdem gibt Wargaming da einen Wert an von 34 Grad pro Sekunde also man muss definitiv schauen dass man Manöver und Fluchtwege etc. möglichst gut plant was die Überlebensfähigkeit angeht bei beiden Panzern die Panzerung ist natürlich nicht gut da braucht man gar nicht mehr auf die Panzerplattendicke oder Effizienz etc. eingehen man wird üblicherweise durchschlagen man muss wenn man auf diese Radpanzer schießt immer ein bisschen aufpassen wenn man mit HE schießt dass man versucht nicht die Räder zu treffen auch wenn das wahrscheinlich schwierig wird bei der Geschwindigkeit die diese Geräte üblicherweise drauf haben weil die Räder ganz gerne die HE-Penetration abfangen und einfach dann ja platzen und der Panzer dann einfach langsam weiter fährt Strukturpunkte ist definitiv der EBA Hotchkiss hier ganz ganz unten in der Liste der 7 Alleyes mit nur 750 man muss also genau aufpassen wie man da von der Blinte fährt und eventuell auch mal einen Schuss frisst und man sollte definitiv auch keine RAM-Aktion starten mit diesem Panzer genauso wenig wie mit dem AMX 1275 beide wiegen knapp unterhalb von 15 Tonnen sind damit auch die leichtesten T7 Scouts und da muss man wirklich ganz ganz genau hinschauen dass man nicht allzu sehr an der Panzer aneckt auch natürlich möglichst zu Beginn des Gefechts gegen die eigenen Panzer aneckt ja der Kahn hat hier das Gefecht mittlerweile auf eine ganz ganz spannende Ecke getrieben er tritt hier an gegen den T29 gegen einen der besten T7 Heavies die es überhaupt gibt er hat die ganze große Karte zwar als Auslauf und hat natürlich viele Möglichkeiten allerdings der T29 steht in seinem Cap und wird jetzt hier doch allerdings ein wenig arghilflos ich weiß gar nicht ob er ihn überhaupt spotten kann hier hinten wenn er hinter diesem Busch steht ich würde mal sagen ja weil eigentlich die amerikanischen Schwerden Panzer doch recht gute Sichtweiten haben aber der Kahn macht das hier sehr sehr geschickt wartet genau ab hat schön gesettet und der T29 macht wie ich denke jetzt hier schon einen größeren Fehler indem er nicht versucht den Kahn wirklich ganz aggressiv in die Enge zu treiben weil der Kahn ist definitiv ein One-Shot für den T29 und ja der T29 lässt sich hier zu viel Zeit hätte hier schon lange vorne ran fahren müssen zählt sich jetzt zurück und da hat der Kahn natürlich jetzt alle Möglichkeiten in den restlichen 80 Sekunden dieses Gefechts der T29 kann nicht mehr erfolgreich durchkippen das hat er sich zu spät überlegt da wieder zurück in den Kreis zu fahren und ja gucken wir doch mal wie dieses Gefecht was wirklich wenn es denn positiv endet in einem sehr sehr schönen und guten positiven Ergebnis endet ähm wie der Kahn das Leben gelöst der T29 wartet immer noch darauf dass der Hautschluss IBA wieder vom Osten angreift allerdings ähm ja falsch gedacht jetzt hier mit sehr viel Risiko aber man sieht die gute Einzelzeiten das gute Gunhanging auf diesem Panzer macht ihn zum Kahn leicht und äh er kann den T29 hier am Ende tatsächlich besiegen dieses wirklich gute Ergebnis ähm resultiert nicht in einem Panzerast sondern nur in einer ersten Klasse das zeigt dass wahrscheinlich noch recht viele gute Spieler auch beim Hotchluss IBA vor kurzem erst waren ähm mit einer Bradley Walters Medaille für neun Abschlüsse Passgutsche Medaille für die Artillerien die er wegnaschen konnte Verteidiger Großkaliber und natürlich Krieger äh fast 3600 Schaden geschossen mit neun Abschüssen 1431 Base XP für ne erste Klasse ist echt bitter ich würde mal vermuten wenn man noch so 2-3 Monate wartet ist das wirklich sehr locker ein Panzerast das Ergebnis ähm er hätte vom Credits ja natürlich besser sein können allerdings am Ende muss er gegen den T29 antreten schießt dann vorsichtshalber APCR um das Spiel wirklich zu gewinnen so eine Runde will man definitiv gewinnen und äh aber ansonsten eine sehr sehr schöne und ordentliche Ausbeute mit 10 Kilometern gefahren während dieser fast 15 Minuten so kommen wir zu ner Runde die ich vor kurzem in dem direkten Konkurrenten äh hatte von Hotchkiss nämlich dem AMX 1375 ähm man kann definitiv besser scouten mit dem AMX 1375 man ist ein bisschen langsamer unterwegs eben nicht mit 70 sondern nur knapp über 60 ähm man hat eben dieses 4 Schuss Magazin womit man sich äh Ziele raussucht am besten im 1 zu 1 die man äh wegschießen kann also nicht unbedingt 700 Schaden weil dann wisst ihr genau die Schadenswürfe fallen niedrig aus und mir steht ein bisschen dumm da wenn ihr nachwerdet ähm aber auf jeden Fall ein Panzer der mir bisher eigentlich als Nachfolge des AMX 1375 relativ gut gefallen hat ähm auch wenn die Sichtweite vielleicht hätte besser sein können die Kurzsichtweite da ist man halt verwöhnt von Panzern mit dem T71 äh ganz definitiv oder auch dem Spähpanzer 1C von den Deutschen ähm aber nichtsdestotrotz ich habe keine besonders gute Crew deswegen werdet ihr gleich sehen dass ihr ich hier ein Scherenfernderrohr ausgerüstet habe das würde ich natürlich definitiv ändern wenn meine Besatzung besser wird und ich dementsprechend äh auf sowas wie äh Optiken umsteigen kann damit die auch während der Fahrt immer optimale Sichtweite habe auf der noch nicht ganz alten Karte äh Geisterstadt bin ich jetzt hier mit meinen äh ja äh treuen und langjährigen Zugfahrern Merkiko Noscunato unterwegs die sind hier beide in Panzerjägern und äh ich schaff's gleich mal einen T8 Td hier aus dem Spiel zu nehmen der ganz mutig über die Ostflanke hier vorfährt was doch äh nicht nur mutig war sondern eigentlich auch ein bisschen suizidal wie ich finde und ähm ja auf jeden Fall ein T8 Td die ich schon aus dem Spiel genommen auf jeden Fall so ein schöner Anfang ähm neben mir ist gerade der Hotschges IVA vorgefahren hat er allerdings auch erstmal aufgehört und ähm ich hatte in dem vorherigen Spiel schon mal gesehen dass hier so eine Muschreihe ganz interessant sich durch diese äh neuner Linie von Süden nach Norden zieht und ähm ich guck erstmal was da so passiert ähm und warte ein bisschen ab aber arbeite mich jetzt definitiv durch die Buschreihe vor und lasst immer wieder das Sternfernrohr angehen um möglichst effizient zu spotten und siehe da äh Amex 1375 gespottet und äh ich befürchte mal mit dem was bei mir hier auch an äh Teamkollegen rum steht macht er das ganze nicht lange ja mit dem Amex arbeite ich mich jetzt weiter vor durch diese Buschlinie und äh werde auch so gut wie es geht im größten Teil des Gefechts hier auf der rechten Seite ähm verbringen und meine äh Teamkollegen unterstützen ähm in einem Tier 9 Gefecht hat man es natürlich mit dem Amex 1375 in Teilen ein bisschen schwer ähm wenn man vor allen Dingen versucht äh möglichst mit normaler Munition auszukommen ich hab ähm von Anfang an in den Amex 1375 aus der Erwartung heraus dass ich sehr oft in sehr herausfordernden Matchmaking gegen 8er und 9er lande gleich nur APCR geladen wie ich schon sagte APCR äh hat hier 202mm Penetration das ist eigentlich ganz ordentlich wenn man vor allen Dingen äh gegen 8er und äh 9er kämpft die man auch dann viel in die Seite schießen kann gegen 9er natürlich von vorne die schwer gepanzert sind äh sind 202 auch nicht genug aber ähm es fahren mittlerweile einige Panzer im Spiel rum die würde ich sagen recht trollig sind was die Panzerung angeht und äh da kommt man mit 144mm echt nicht weit außer dass man eben freundlich anklopft und äh da ich eben nur 36 Schuss im Amex 1275 habe geht es wirklich darum das äh was man da mit sich herum trägt möglichst effizient einzusetzen und ähm deswegen für mich nur APCR ich weiß der Panzer wird dann relativ teuer zu fahren an dem wir das Ergebnis des Spiels sehen wir das Ergebnis was auch aus einer sehr guten Runde dann für ein Credit Ergebnis rauskommt aber äh ganz ehrlich nach vielen Jahren World of Tanks ähm gibt man sich mit bestimmten Dingen ab und mit bestimmten Dingen eventuell auch nicht mehr dementsprechend äh äh sehe ich das als nicht so dramatisch an ja ich versuche hier weiter irgendwie meine Teamkollegen zu unterstützen ähm hier hinten in der Ecke haben sich zwei recht dick gepanzerte äh äh Kollegen äh eingewogen hat der Löwe und der P28 KTC die stehen hier hinten und äh ich habe erst überlegt ob ich dem P43 äh äh dem italienischen T7 Medium da zur Hilfe komme allerdings hat es ihn doch rechtlich recht schnell aus den Latschen gehauen und ähm ähm da jetzt mit einem Magazin mit 700 potenziellen Schaden gegen den Löwen da vorne anzutreten der hinter sich direkt und noch diesen Teil 28 HTC stehen hat das äh muss definitiv nicht sein und äh ich weite momentan darauf dass äh der E75 da so ein bisschen äh in die Puschen kommt und ich dann dementsprechend gegen die Unterspitzen eingreifen kann in die Stadt möchte ich auch nicht unbedingt fahren weil äh ich weiß nicht wer da Schuss fällt noch von den Sniping Positionen hat die äh da in Norden sind aber jetzt fahre ich doch in die Stadt das hat ich wohl falsch in Erinnerung ähm ähm die Stadt ist auf jeden Fall von uns geklärt da ist niemand anderes drin auch wenn man erwarten könnte dass da andere schwere Panzer noch zu finden sind ich fahre hier drüben raus und äh ich lasse eben kurz das Scherlfernrohr angehen werde aber sofort gespottet hab das Glück dass ich nicht getroffen werde weil ansonsten werden höchstwahrscheinlich so 50% meiner Tototen weg und ähm fahre hier weiter durch die Stadt und guck mal ob ich irgendwas finde was ich beschießen kann oder spoten kann und da sehe ich das eben hier auf der äh Westflanke wo meine Platoon Kollegen die ganze Zeit äh äh mal im Kampf sind seh ich dass er mit Amex 1375 tatsächlich beschießbar steht den meine Teamkollegen die vorhin in der Stadt waren überhaupt nicht so beachtet haben und äh hier sieht man schön Amex 1375 da drüben aber wenn man Scherlfernrohr angeht hat er keine Chance mehr da er sich gerade bewegt sieht er mich höchstwahrscheinlich nicht weil mein Tarnbett auch nicht allzu schlecht ist ähm ich schieße ihn auch in Brand aber man sieht Autofeuerlöscher heute auch sehr sehr stark verbreitet demnach äh keine Chance ihn da herunter zu brennen es versteckte sich logischerweise weiter hinter dem Fels kommt aber wieder raus und äh ich glaube er hat jetzt auch irgendwo ja genau er hatte sein Scherlfernrohr auch kurz an er spielt auch mit Scherlfernrohr das ist man ziemlich deutlich weil vorher hat er mich halt nicht gespottet und äh er bleibt aber ziemlich äh stoisch gelassen stehen und kommt auch immer wieder raus ähm was vielleicht dazu führt dass er das nicht mehr lange macht dem greife ich schon mal vorweg was immer wieder schade ist was man gerade in unserer Base sieht ist dass ganz hinten noch so ein Sturzwagen S1 steht ähm warum man diese Panzer so oft so gespielt sieht äh finde ich persönlich sehr schade weil dahinten nutzt er absolut niemanden was und ich finde es wirklich schade dass dahinten dann 7 Minuten lang ein Panzer rumsteht der bisher nicht wirklich viel beschickt haben kann und vor allen Dingen der halt die letzten 3-4 Minuten einfach nichts dazu bereit getragen hat das Spiel hier mal ein bisschen voranzubringen ja das Spiel hat gerade definitiv so einen kleinen Hänger ungefähr zu sagen darf aber ich habe gerade gesehen dass äh der A75 den Löwen tatsächlich hernoppe konnte und oh das ist wirklich ein sehr sehr saftiges schönes und freiges Ziel der Löwe wollte gerade der A75 eingreifen hat sich scheinbar relativ sicher gefühlt und äh dem konnte ich jetzt 3 schöne Treffer in die Seite jagen aber wie man sieht Löwe Seitenpanzung recht dick 202mm Penetration mit APCR also relativ hohem Verlust über Entfernung an Penetration ging tatsächlich der letzte Schuss nicht mehr rein und na jetzt wird's oh 4 von 4 schönes Magatin hat gereicht ich habe erst gedacht wo er da anwinkelt ähm komme ich wieder nicht durch weil APCR doch über Entfernung etwas mehr Penetration verliert der Nail Reload ist jetzt wieder durch und den Löwen kann ich erstmal ins Spiel nehmen und den T28 HTC äh ebenfalls jetzt befeuern wobei ich denke mal so ein E75 braucht nicht viel Hilfe eigentlich beim T28 HTC ähm ja nichtsdestotrotz nehme ich diese äh wenn ich schon so ignoriert werde nehme ich das doch gerne mit ähm warum der IS-6 neben mir so äh wenig damit zu tun haben möchte was hier gerade auf dieser Flanke passiert weiß ich nicht ähm mich stürzt nicht nein einfach deswegen weil ich hier bei diesem Spiel was relativ gewonnen aussieht ziemlich in Ruhe äh den Schaden mitnehmen kann so jetzt kommen wir zu einer Situation die ich eben schon beschrieben habe äh ein ganz isolierter Panzer den ich jetzt äh ja abfahren möchte natürlich geht der erste Schuss nicht rein der E75 reagiert aber man kriegt auch den Schuss hinein und äh von mir reichen drei Schüsse um das ein P43T aus dem Spiel zu nehmen also bisher eine Runde mit der ich sehr zufrieden bin äh definitiv keine gute Scouting Runde äh kann man auf dieser Karte auch durchaus haben weil ich hab ja schon gezeigt da auf der 9er Linie sind sehr zu viele schöne Busche mit denen man sich vorarbeiten kann da kann was gehen aber diese Runde definitiv hat sich ausgezeichnet durch äh das unterstützen und unterstützen kann man mit dem Amex 1275 sehr sehr schön man hat das Magazin dabei man kann damit immer sehr schön Gegnerpiesacken und äh das war doch relativ effizient hier mit einem Panzerast einer Ordex-Medaille und dem ich glaub Panzermeisterschützen heißt es für Schießen über bestimmte Entfernungen mit bestimmten Schaden äh über 3200 Schaden erzielt von den 4200 potenziellen Schaden ne 4800 potenziellen Schaden dieser Panzer hat schon einiges angebracht ähm 1301 Base XP wirklich ein schönes Ergebnis hätte ich gar nicht gedacht äh aber dadurch dass wir hauptsächlich auf tierhöhere Panzer geschossen haben natürlich äh doch zu erwarten am Ende wie ihr gesehen habt äh volles APCR Loadout 40.000 im Minus dafür 6000 XP mitgenommen aus diesem Event sehr zufrieden danke dass ihr wieder so lange da wart und wir sehen uns nächste Woche Adios d s Vielen Dank.